Ja, da unten ist Wasser. Ja, aber das war gerade... Ich bin ein bisschen verwirrt, bin ich schon. So, komm mit. Bei Fuß. Hast du das Glas hier da? Kannst du mir das geben? Ähm... Eins, zwei, drei, vier. Okay, ich habe einen Auftrag für dich, Dennis. Ich habe auch noch ein paar. Hose an. Okay, genau. Ich habe einen Auftrag für dich. Du gehst jetzt zurück in unser Haus, machst dir zwei bis drei Schaufeln. Gehst in die Wüste und farmst so lange Sand, bis die Schaufeln beide kaputt sind. Beide? Und wenn ich drei machen soll? Dann trotz nur noch beide. Die letzte nimmst du mit zurück. Ja, genau. Du bist nämlich unsere Bauschlampe. Welwe. Rohstoffschlampe. Was mich gerade wundert, dass wir nirgendwo Zombies sind. Ach, toll. Wobei, das könnten wir doch mal wirklich machen, oder? Wir könnten ja mal... Die Abonnenten fragen doch immer, ob die mit uns spielen. können. Das wäre ein bisschen ausnutzen, meinst du nicht? Ja, das stimmt. Zwei Knochen. Nein, ich meine auch nicht... Ich meine auch nicht... Im Sinne von, dass sie dann in den Farm gehen oder sowas, sondern dass die halt einfach mitmachen, unter dem Vorwand eine Bauschlampe zu sein. Also machen sie doch genau das. Nein, die machen ganz normal mit uns mit. Aber die bauen ja auch mit. Äh, du hast ein paar Pfeile im Körper. Ich? Ja. Einen im Gesicht. Ich hab gar keinen. Ach, du meinst du auch mal Dennis? Meinst du Dennis? Ich hab keinen. Ja. Nein, hab ich nicht. Doch. Nein. Ja, weil ich dich nicht meine. Achso. Mann, ey. Da bin ich irgendwie ein bisschen verwirrt gewesen. Wie immer. Oh ja. Okay, ich brauch zweimal Eisen. Okay, ich brauch viel Clean Stone. Komm her. Hast du. Kriegste. Nein. Boah. Hast du, kriegste. Boah, ich kann erschrocken. Ja. Wo bist denn du? Bei der Frau? Bei den, bei den, bei den Häusern. Bei den, äh, Gewächshäusern. Ich mach diesen hässlichen Hund vor der Tür. Das ist meiner. So, komm schon. Schön, schön. Atemberaubend. Oder? Finde ich auch. Sieht schon leicht kacke aus irgendwie. Ich find's geil. Es ist nicht wirklich rund, deswegen sieht's irgendwie ein bisschen kacke aus. Find ich nicht. Ich mach an der Zeit, Minecraft rund. Doch. Nee. Na doch. Okay. Du denn, dass wir beide Einigungen ist, Chris hat keine Ahnung. Hä? Chris hat keine Ahnung. Oder eigentlich, und zwar jetzt auch. Okay, ab in die Wüste. Äh. Ah, toll, wenn die Sonne untergeht. Ist das hier so gedacht, dass zwei Felder schon wieder Erde sind, auch wenn sie in der Mitte sind? Das ist ja eigentlich. Ja, ja, weil da wachsen ja die Wassermelonen drauf und die wachsen ja auf normaler Erde. Ja, ja. Kannst du die abmachen, die ganzen Wassermelonen, auf der anderen Seite, genauso wie hier, pflanzen? Okay, dann nicht. Was, wo abmachen und pflanzen? Na, hier abmachen. Was, hier drüben? Nee. Nee. Ich muss weiterbauen, ich warte noch auf Cleanstone. Okay, mach das. Wenn deins wichtiger ist. Ja, irgendwie schon. Für mich derzeit schon. Achso, okay. Dass Scheiße aussieht, wenn es einfach nur so halb hingerotzt ist. Hm. Siehst du, wolltest mir eigentlich Cleanstone geben. Ja, musst du nochmal zurückkommen. Der war knapp. Mal wieder. Wie viele brauchst du? Viel. Nein, warte, den paar brauche ich noch. Ich brauche noch. Gib mir mal, gib mir mal sechs Stück. Danke. Ja. Genius. So. Da. Dankeschön. Schwuppdi-bub. Schwuppdi-bub. Schwuppdi-knall. Die dumm-dadai. Aber dieser Reim gerade episch. Da-da-ai. Nein. Da-da-da-da-da-da. meine Schaufel ist noch kaputt gegangen bist du gerade eigentlich am Sand haben jep zwei Stacks schon find ich echt gut dass du das so freiwillig machst ja voll knorkel ähm also mehr 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 so 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 und dann noch so schön du billiger ich muss schon wieder Holzrahmen holz 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 danach brauche ich Wege dann brauche ich auch nochmal Holzfarm weil die Wege werden aus die werden schön die werden aus Sandstone? nein Sand? nein scheiße? nein nein überhaupt nicht lustig überhaupt nicht lustig Slaps? ne das nicht die werden aus Cox Slaps ist klar ja ich tue mir mal eben bei der Kohle bei mir ja bis zu einem ich habe mal gerade ein Stack weggenommen echt jetzt? ja ganzen ich packen in den Ofen ein Dieb unglaublich phänomenal scheiße mann ist alles tolles Käse aber alles aber alles zum kotzen so machen wir das so Pech gehabt so jetzt aber jetzt geht es rund hier jetzt geht es rund rund und düm di damm di damm di di die die helfen entscheiden brauchen wir nicht lalala so Chris jetzt musst du uns aber mal genau erzählen was du gerade machst also was du baust also ich bin auch bei dir ja das weiß ich ich habe dich ja gerade gesehen aber was du baust momentan momentan grad gar nichts wie du siehst wenn du gerade gar nichts das wäre ich ja nicht hier hast dann kannst du gerne nachher ein ähm scheiße ein aus hast du gerade ein Minecraft Lied angemacht das ist scheiße dann muss ich meine Musik ja ausmachen so wir haben ja leider bisher nur die eine Schallplatte ja ich weiß du musst mal noch welche suchen das ist doof ja Dennis ja Schnittglas ich habe noch zwei Stacks Glas ne drei echt? geil und wenn nicht in meiner Kiste sind noch drei mhm finde ich echt cool also drei Stück Glas noch da halte ich mir gleich ein achso drei Stücke das ist gut sooo komm jetzt aber nein nein nicht kein Noob hast du dir eine Axt gemacht statt einer Hacke? nein also ja nein willst du das hier noch überdachen? ja mit was? auch mit Glas? ja ja warum mit Glas? weil es ein Gewächshaus ist und die bestehen halt leider zum Großteil aus Glas ja aber bei dem Übergang ist es ja sinnlos ne doch ja du bist sinnlos gut dann nehme ich halt meine Musikbox wieder mit ja mach das gleich ich will sich ja meine anmachen hier so jetzt mach das hier an ah ne doch nicht ich dachte schon nö du hast verschissen stopp verschieße ja ich komm gleich machen ach ja ja genau soviel dazu ja einfach gleich zu ihm und baue ihm eine TNT Falle rein am besten noch da wo die Lava ist das ist richtig lohnt das zu sehen was du davon hast wenn du dein Zuhause gehst dann werde ich schon wohl sehen doch ja wirst du sehen ja wirst du sehen oh ja und wie du das sehen wirst oh ja aber da war ja der Dennis gerade der Herzen nach Einlass ist nicht von dir Dankeschön 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 sehr nice very nice from you very nice so wir gucken jetzt mal was der Chris da unten baut Chris wo bist du Hallo weg ich will nur gucken was du brauchst für die Zuschauer für die Zuschauer ok ein schön Truheraum oder was war das denn da ist gerade jemand gestürzt und der kommt auch runter noch ein Truheraum mein Gott und eine kleine Ecke ja kannst du mal sehen oh ja bei uns draußen stürmt es gerade na gut ich geh mal wieder nach oben und tue das was ich nicht lassen kann ich weiß aber nicht was das ist das Problem dann ist ja gut 155 Gigabyte noch boah alter Scholl ich glaube so lange nehme ich gar nicht mehr auf mal gucken auf jeden Fall werde ich das Bauhaus also das Farmhaus noch fertig kriegen und danach würde ich auch noch ganz gerne die Farm dann mit dem lieben Dennis ein bisschen erweitern nicht erweitern aber irgendwas müssen wir uns dann noch ausdenken du müsstest mir mal Kohle geben Kohle ja ich brauche auch Kohle und da sind noch vier Stück drin die kannst du dir nehmen sonst habe ich auch keine mehr dann müssen wir wieder welche Farmen gehen und mit Bier meine ich ich nein Quatsch aber äh sonst müssten wir ja müssen wir halt Farmen gehen äh was brauche ich 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 genau eisen wenns 2 ach ja schubelt bumm wir müssen uns jetzt ein Gesprächsthema ausdenken na dann fang mal an hau rein eure Lieblingsspiele 2012 hatten wir das nicht schon mal nein sicher ja kommen wir nämlich sehr bekannt vor nein ach ne beim letzten mal hat sie gefragt was für Lieblingsspiele überhaupt das Lieblingsspiele Serie genau Lieblingsspiele 2012 selbst meine Frage dieses Jahr gab es nicht wirklich tolles ne ne ganz nett ich muss sagen ich fand die sind schon echt total als Mod und Arma 2 habe ich dieses Jahr auch entdeckt und sehr weilf muss ich sagen also letztes Jahr ne es ist dieses Jahr von oben gekommen wir haben 2013 das Jahr aufgefallen hm ja letztes Jahr mein Gott so ich brauche jetzt weißt du ich ärgere dich gern oh ja oh ja oh ja so willst du vielleicht noch ein paar Samen machen und dann kannst du die hinten so weißt du so weißt du ne weißt du Bescheid Junge Junge weißt du Bescheid Junge Junge äh was war ich denn da jetzt noch heute so zum kotzen alles jetzt voll zum kotzen hast du das zwischen mir Kloster mitgebracht nein da war nur so wenig und den habe ich unter meiner unter meinem Leben ja unter deinem Leben ja ich wurde die ganze Zeit nicht unter 1 aus deines Leben sondern direkt unter deinem Leben nein direkt unter meinem Leben direkt darunter wurde ich äh attackiert und äh muss zwar gefährlich apropos apropos ap 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 und erfordert gerade, ich bin grad... Wie immer. Ich muss was trinken. Bist du zum trinken oder was? Nein, wieso? Kannst du nicht leise trinken? Nee, kann ich nicht. Ich wollte ja, dass man's hören. Pass auf, kann ich nochmal machen, pass auf. Also wer jetzt keinen Durst gekriegt hat, der ist nicht normal. Ich hab keinen Durst. Nein, ach fuck ey. Alter, wer macht denn hier immer Musik an? Ja. Frag ich mich auf. Fängt mit C an und hört mit Chris auf. Nee, mit. Das kann man gar nicht aussprechen, Mann, du hast einen Scheißnamen. Hiss.